Ich würde euch gerne einladen zu einem Flashmob in Berlin, den ich sehr gerne unterstütze, am 10. September. Ein Flashmob, mit dem wir alle vielleicht sogar zu Lebensrettern werden können. Und darum geht es, um die Aktion 600 Leben. Das steht für die 600 jungen Menschen, die wir jedes Jahr in Deutschland durch Suizid verlieren. Die Zahlen sind wirklich erschreckend. Insgesamt sind es rund 10.000 Suizidtote jedes Jahr. Also mehr Opfer als durch Verkehrsunfälle, Drogen und Aids zusammen. Aber kaum jemand spricht eben öffentlich über Depression und Suizid. Es fehlt einfach eine große Präventionskampagne und dafür wollen wir eintreten. Also kommt am besten gemeinsam mit Freunden am 10. September zum Brandenburger Tor in Berlin, mittags um 12. Lasst euch auf ein Zeichen hin gemeinsam zu Boden fallen. Als starkes Symbol für eine notwendige Aufklärungskampagne. Und so können wir alle zu Lebensrettern werden. Damit Menschen mit Suizidgedanken nicht länger totgeschwiegen werden. Ich hoffe, wir sehen uns in Berlin. Tschüss, aber noch mit Freunden kommt den Taschen, bis zum Beispiel auf 1. Highlighter Doszbaden, am besten auf 1.K vleetern.